Moin Leute, was geht ab? Euer Gaming Benchip. Heute ist es immer ganz eigenartig auf einer flachen Welt. Weißt du, was das ist? Warte, was? Warte, warte. Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Warum kann ich ihn nicht rausbauen? Hilfe, ich bin in einer Flasche gefangen. Ach nein, jetzt weiß ich, was das ist. Ich habe hier ein neues Projekt angefangen, das heißt Minecraft Flasche. Ich bin in der Flasche eingesperrt und kann nicht raus. Guckt. Wir müssen jetzt hier überleben. Oh Mann, ich wollte doch nur noch Brot holen, den Kuchen backen. Und unser Ziel ist hier, Minecraft durchzuspielen. Oh Mann. Ey, wir sind wirklich im Void gefühlt. Mal gucken, ich sehe die dort irgendwas? Ich sehe nur die Flasche. Nein, das ist jetzt wirklich wie... Nein, das ist wirklich wie als wäre ich eine kleine Ameise. Mir guckt irgendjemand zu. Ah. Mann, oh Mann. Jetzt habe ich mich... Ich muss raus. Lass mich raus. Oh Gott. Nur hier unten wird meine Bels. Zack, Leiter. Oh, Setzlinge sind die übelkass wichtig. Noch ein. Einer, hoffentlich bekomme ich so schnell wie möglich. Jetzt wollen wir einfach ein Schaf. So schnell wie möglich. Ich wohne im Untergrund. Zack, 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 zack. Da-dam. Das wird unsere neue Höhle. Bam, 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 bam. Genau, dass ich halt dann so rausschauen kann. Das ist wie unser Ziel ist, hier in der Bottle Minecraft durchzuspielen. Und ich habe hier selber alleine die Bottle gebaut. Das heißt, dass ich weiß, was sie gibt. Ich kann euch gerne aufzählen, was sie gibt. Es gibt einen Spawner-Raum. Es gibt einen Ender-Parteiraum, wo nur noch ein Auge fehlt. Und der ist irgendwo unterirdisch oder oberirdisch. Das weiß ich nicht, weil das hat nämlich einer von meinen Kollegen versteckt. Irgendwo hingetan. Mann, aber ich kann hier wirklich nichts abbauen. Er gesagt, es ist schlau, dass ich hier einfach Fläche frei mache, damit hier Schafe spawnen können. Mann, let me out. Let me out. Egal, jetzt habe ich oben eine Workbench und unten. Jetzt ist es schon mal ein guter Zeitpunkt. Endlich mal eine Spitz, zack, in den Ofen, in den Schwert. Ah, hier ist ja schon die zwei. Oh, oh. Ich habe kaum Zombies gehört. Was heißt? Oh, Eisen. Komm, komm, komm. Gold. Oh. Ich hab den Vorneraum, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Okay. Eisen. Oh. Warte, ich soll schnell fackeln. Selbst wenn hier keine Kohle ist, brate ich einfach schnell durch Holz. Holz bringt nämlich auch Holzkohle. Mhm. Gippie, jetzt hab ich endlich nen Schild. Zack. Warte. So, Zambi mit Goldrüstung. Oh. Gold. Gold, op, Goldapfel. Das gibt's ja net. Oh mein Gott, ich hab nen Spawner-Raum. Einen Ding fehlt. Für mich. Irgendwo hinbotteln. Ich will Diamonds, 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 Diamonds. I will Diamonds, Diamonds, Diamonds. Oh, Eisen. Oh. 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 Tag, bin. Bade, das sind 100% der Moos Diamond sein. Hä? Wisst ihr, was das ist? Hm? Was ist das? Zwei Eisenschwerter. Oh, das seht ihr überhaupt nicht mehr. Hier, so seht ihr es. Der Rachenauge. Das ist das Letzte. Okay, wir spielen das Nistige durch. Warte. Ich bin ganz kurz weg. Schmeiß dich. Meine Katzen haben kaum nur gekämpft. Dann war ich kaum nur ganz kurz weg. Meine Katzen kämpfen sehr oft. Na ja, aber jetzt habe ich wenigstens nur ein Eisenschwert. Bestimmt sind die oben Mops. Hm, hm. Zack, zack, hälfte, hälfte. Zack, kann ich da mal rein. Zack. Bam, 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 bam. Hm, hm. Weil ich muss mich ja erst gescheit ausrüsten. Bevor wir hier ins End gehen. Hey, Katz. Was? What are you? Äh. What do he? Stimmt, ich kenne dir meine Eisen Spitzhacke. Meine Katzen nerven mich kaum zu sehr. Mr. Leon, Mr. Leon, was machst du? Oh, nüchterlich. Hey! Nicht gegeneinander kämpfen. Böse. Oh, hier ist er wieder draußen. Vielleicht bin ich ja irgendwie da. Oh mein Gott, habt ihr das kaum gesehen? Oh mein Gott, ich fand Diamonds! Das sind relativ wenig. Oh, Junge, hab ich mich kaum erschrocken. Wenn meine Soundzwang kommen zu hoch, dann... Hm, dort direkt Eisen. Welchen hervorkommen es ist? Welches? 24er! Damit baue ich mir direkt ner Brustpanzer. Und ich könnte mir... Das sind die Aufmerksamkeit. Ich bin für die Welt. Ich bin für die Welt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Klopf, klopf. Oh, verdammt. Klopf, klopf. Ah. Ach, jetzt schon das Video vorbei. Ach, das tut mir wirklich leid. Selbst wenn ich es in jedem Video sage, abonniert mich und verpasst keinen einzigen tollen Abenteuer mit Benchip. Also, dann ciao. Bye, bye. Und abonnieren und liken. Abonnieren und liken. Schreibt einen netten Kommentar. Und tschüss.